Hallo Freunde, da sind wir wieder bei Deus Ex Human Revolution und es geht direkt weiter. Ja, es geht sogar ziemlich direkt weiter. Nehmen wir mal mit. Okay. Weiter geht die wilde Fass. Ja, ich hab einen Narren gefressen. An diesem Spiel. Spiel scheint mir doch recht cool zu sein. Gut, es hängt zu viel an diesem Deal. Wir können keinen Zusammenbruch des Funkverkehrs brauchen. Eben. Ja, der Tag. Mhm. MacReady, wie kommen Sie voran? Langsamer als erwartet. Als hätte hier unten jemand einen Friedhof umgepflügt. Wie bitte? Als es 27 losging, müssen alle zu den Treppen gestürzt sein. Überall Leichen. Auch einige ihrer Verwandten... Wollen wir das machen? Äh... Nein. Wir gehen aber weiter. Ja. Soll ich Ihnen ein paar Teile mitbringen? Keine Teile. Aber wenn Sie schon fragen, ich nehme meinen mit Milch und zwei Stück Zucker. Nein. Da ist gar nichts. Nur Sand. Wann verschwinden wir von hier? Okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas geregelt bekommen. Mh. 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 Mal ganz vorbildhaft meine Zigarette ausmachen. Mh. 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 durch die penthäuser vergessen sie nicht den verstärker der djinn deaktivieren sie ihn falls möglich roger wir fluchen alles nehmen wir nehmen alles mit alles nehmen mal auf die nachwälte rum war noch gasgefahr ok atemsaugung findet schaden ok Okay, so, gut, dann sind wir runter. Und weiter geht's. Ha, ich bin so gut, ey. Und ihr seid so tot, ey. Nein, 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 wir machen ja Stealth, ne? Wir versuchen es zumindest. Hier steppt allerdings der Bär, was Gegner angeht. Ist gar nicht mal so einfach. So, wie machen wir das am Plätzen? Der guckt jetzt genau in meine Richtung, das ist nicht so gut. Ich bin gar nicht hier. Was hilft, mich nicht mehr, dass du mir hilfst? Ja, ich bin, du hast den Kurs Надо. Ich bin hier. Du bist ja nicht. Bann! ich glaube ich muss doch auf die zwölf geben ich krieg euch auch so klein wir machen das ganze einfach mal so, oder? ja 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 Ich habe ihn zerlegt, ohne was zu sehen. Mann, 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 bin ich gut, ey. Mann, 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 Mann. Ich töd euch nicht, ich habe gesagt, ich mache das. Sterboschrei und ich habe mich dabei selber. Okay, das Problem nochmal. Ich muss erstmal reinfinden. Ich will eigentlich gar keinen Krieg machen, aber wenn alle Strecke reißen, muss ich das wohl? Dann werde ich da nicht drum herum kommen. Mach dir nix. Aber noch ein paar Minuten. Wir sind jetzt bei 8,5 Minuten. Da können wir noch ein bisschen sterben. Oder so. Funden Jensen, soll ich Ihnen ein paar Teile mitbringen? Keine Teile, aber wenn Sie schon fragen, ich nehme meinen mit Milch und zwei Stück Zucker. Oh, Gasgranaten. Okay. Gasgranaten. Moment, ich gucke erstmal, wie mache ich eigentlich einen Waffenwechsel? Gamer-Part, Steuerungsschema, Schießen, Sekundärwaffe werfen, Augmentierung, Visierung, In-Gamer-Menu. Ah, In-Gamer-Menu. In-Gamer-Menu, das könnte gut sein. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Aha, 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 aha. 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 Aufzug. Zugang zum Arche und Logieren. Okay, aber das ist hier nicht. Ah, wir probieren es aber mal. Nein, da ist gar nichts. Nur Sand. Hm, was ist das? Bio-Zettung. Ah, der war mit. Ja, ich bin taki. Ähm. Ja, hier war mit. Ja, irgendwie. Zack. Verdammt, ich bin so gut. Ja, ich bin so gut, ich bin so gut. Ich bin so gut. Halt, ich bin so gut. Jensen, wie ist Ihre Position? Ich arbeite mich durch die Penthäuser. Vergessen Sie nicht den Funkverstärker der Jinn. Deaktivieren Sie ihn, falls möglich. Na, nur falls möglich. Ich bin so gut. Okay, das war nicht so gut. Na ja, wir haben es überlebt. Aber irgendwie finde ich das Spiel ziemlich cool. Also, es macht mir schon Freude. Das muss ich dem Spiel lassen. Mann, ja. Ich bin so gut. Oh, wir gucken erst mal, was es hier unten gibt. Mit genügend Energie. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so gut. 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 Wieso? Ah, was, was hat schon was? Eine kleine Maschine, Pistola. Das Werfbar, Werkzeugkaffe. Was gibt es hier eigentlich? Nicht wirklich viel. Hm. Na, super. Jetzt ist der Einwand frei. Wer f핑, ich ansagua, in einem anderen Ort, in dem Raum gehört. War wirklich etwas. Was ist alles drin? Das wird hier alles drin, was? Nicht so, ich hatte weiteres. Was ist die Frage? Was ist alles drin? Das war's, was, was ist das? Gut, gut. Ich habe nichts, was nicht. Was ist das drin? Aber das ist doch so schön! Gut! Ich werde mich nicht verändern! Ich werde mich gut hier! Das ist ja so schön! Hände ich dir! Die können Sie sich nicht verletzen! Das ist ja so schön! Sie müssen mal weiterladen. Jetzt kommt es nach einem Ort. Die vergleichen wir nicht. Nicht nur das für einen faszinierenden Ort. Findet es. Ich kann mal aggressieren. wir haben keine ahnung was abgeht ich habe keine ahnung was ich mache alle mal herhören chang hat sich in das funksignal der djinn gehackt ich schalte uns jetzt drauf gleich müssen wir singen hören ok signal ist gut gut ich schalte uns wieder drauf wenn der deal über die bühne geht nicht mehr ich habe eine kühne ich habe eine kühne ich habe eine kühne ich habe eine kühne eine kühne Was ist das? Ja hier! Okay, die haben wir leer gemacht. Da, noch fang! BAM! Alles nennen. Okay. Aufheben. War verwechselnd. Ich habe nicht viele Munition. Aber ich habe ein bisschen. Bumm. Bumm. Ah. Okay. Okay. Bumm. 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 BAM! 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 Okay, machen wir so! Zwei auf einmal! Jeder schoss ein perfekter Treffer hier! Ja, ihr müsst nicht alle sterben! Aber doch einige! Ah, Munition! Und, wie es weitergeht, ohne ob ihr richtig steht, sehen wir im nächsten Part! Also Leute, haut rein! Bis dann! Ich hoffe ihr hattet Spaß! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!